Hallo hessische Piraten, ich bin Michamo, ich bin im Wahlkampf-Team und arbeite da speziell an der Kampagne und bin verantwortlich für das Design. Bevor ich so loslegen kann mit dem Design, gilt es erstmal einige Fragen zu beantworten und ich möchte euch heute mal eine Statusmeldung geben, was mir da so im Moment durch den Kopf geht. Alle Folien von dem Video könnt ihr euch auch im Netz ansehen. Die Links blende ich immer unten ein und ich werde sie auch noch in die Videobeschreibung reinschreiben. Ganz grundsätzlich die Frage ist natürlich, für wen machen wir den Wahlkampf? Klar, wir machen den Wahlkampf für die Bürger, für Menschen, die es da draußen gibt, die der Meinung sind, dass das, was wir tun, eine gute Sache ist und wir machen das aber auch für uns. Wir haben geile Ideen und wir möchten, dass die Menschen von diesen Ideen erfahren. Das ist unsere Motivation. Die Frage ist, passt das zusammen? Was für einen Wahlkampf wollen die Bürger? Was für einen Wahlkampf wollen die Piraten? Bei den Piraten haben wir die Servicegruppe Medienstrategie und die haben sich mal ein bisschen umgeschaut, wer sind eigentlich unsere Wähler? Und sie benutzen da jetzt nicht irgendwelche Schemata, wer kommt von der CDU, wer kommt von der FDP? Das hilft mir als Gestalter, nehme ich mal exakt gar nichts. Für mich ist es viel interessanter, was haben die Leute für Lebensstile? Und diese Lebensstile, die findet man in sogenannten Sinusmilieus. Und wenn man sich das anschaut, dann stellt man fest, dass wir 2009 ziemlich genau unsere Wähler im Bereich der Digital Natives hatten. Das ist nicht verwunderlich. Mittlerweile dehnt sich das so ein bisschen aus. Ihr könnt euch vorstellen, dass dieser Kreis, der hier eingezeichnet ist und die Digital Natives, der wächst jetzt einfach ein bisschen weiter hier oben. Das sind zum Beispiel die modernen Performer. Das sind die Leute, die immer irgendwie die neuesten iPads haben und so. Die finden uns super. Und hier unten gibt es die Hedonisten. Hedonisten, das sind Menschen, die viel Wert darauf legen, sich selber auszuleben, Spaß am Leben zu haben, viel zu erleben. Und aufgrund dieser Sinusmilieus kann man eine Zielgruppenbeschreibung machen. Und diese Zielgruppenbeschreibung gibt uns jetzt Anhaltspunkte dafür, wie wir uns diese Zielgruppengruppe vorzustellen haben. Dabei ist es wichtig, dass das eine gewisse Unschärfe hat. Das ist jetzt nichts Absolutes, sondern es zeigt uns einfach eine Tendenz auf, in welche Richtung das Ganze geht. Das sind stark soziale Menschen. Das sind hedonistische Menschen. Das haben wir auch schon gesehen. Zum Teil jedenfalls. Die legen Wert auf ein selbstbestimmtes Leben. Menschen sind so grob zwischen 18 und 39 Jahre alt. Das sind natürlich keine Fixwerte. Das streut natürlich. Nach unten kann es im Moment nicht stark streuen, auch wenn wir uns dafür einsetzen. Wahlalter mit 16 haben wir noch nicht. Aber natürlich streut es nach oben. Das sind Menschen, die unangepasst sind. Die haben ihren eigenen Kopf. Und konservative Werte, wie zum Beispiel Materialismus, ich brauche irgendwie mein dickes Auto. Das spielt für die keine große Rolle. Wichtig ist ihnen hingegen Beteiligung. Flache Hierarchien. Das, was wir ja auch ein Stück weit vorleben. Und die sind themenorientiert. Die überlegen sich sehr genau, mit was sie sich in ihrem Leben beschäftigen. Diese Zielgruppe hat nun gewisse Erwartungen daran, wie wir unsere Botschaften transportieren, wie wir sind. Und da sollten wir frech sein, humorvoll, selbstironisch, spielerisch, aktiv, lustvoll und experimentierfreudig. Die Frage ist, passt das zu dem, was wir Piraten machen? Dazu gab es eine ziemlich große Umfrage. Einmal im Liquid Feedback und einmal über Lime Survey mit über 1000 Teilnehmern. Da wurden, ich glaube, über 150 Begriffe reingehauen in diese Umfrage. Und das ist jetzt jeweils die Top 12. Das ist natürlich eine Hammerfolie. Man erkennt mal gar nichts. Das ist viel zu viel. Deshalb streichen wir mal alles raus, was irgendwie doppelt ist oder mehr oder weniger synonym verwandt ist und stampfen das Ganze ein bisschen ein. Und die Piraten selber sind halt der Meinung, wir sind radikal, links, unkonventionell, lebendig, visionär. Wir sind mehr als nur ein Wahlprogramm, transparent und stören daher den Parlamenten oder fehlt noch ein kleiner Absatz. Wir sind so ein kleiner Stachel im Fleisch und wir sind ein Demokratie-Update. Wenn man das jetzt nebeneinander legt, was so unsere unscharf umrissene Zielgruppe erwartet und was wir selber erwarten, stellen wir fest, das ist ganz schön nah beieinander. Da gibt es ziemlich starke Überschneidungen. Das ist nicht verwunderlich, weil die Menschen wählen uns ja tendenziell. Warum sage ich euch das aber? Es ist relativ wichtig, sich dessen bewusst zu sein. Die Zielgruppe ist ganz nah an dem dran, wie wir sind. Das ist ja nicht irgendein unbekanntes Wesen und das ist eine Gruppe, in der wir uns ganz selbstverständlich bewegen können. Wir können da total entspannt sein, weil die sind letztendlich genau wie wir. Fast man das jetzt alles nochmal zusammen, kann man das noch ein bisschen weiter einstampfen. Unsere Botschaften sollten unkonventionell sein, radikal, visionär, persönlich, lustvoll, störend. Bezogen ist das alles darauf, wie so der Spirit unserer Kampagne ist, der Style, die Vibes, die wir transportieren. Das müssen jetzt keine Schlagworte sein, die auf irgendwelchen Plakaten drauf sind. Das sind aber Sachen, die irgendwie zum Ausdruck kommen sollten. Sei es durch Bilder, die wir verwenden, sei es durch Aktionen, die wir fahren. Um das nochmal ein bisschen knackiger zusammenzufassen, auch wenn es auch wieder etwas unscharf ist, drei Schlagworte, von denen ich mir wünschen würde, dass wir die immer so ein bisschen vor unserem geistigen Auge vorhertragen, wenn wir die Kampagne entwickeln und auch später, wenn wir auf die Straße gehen. Wir sind positiv. Wir haben Spaß am Leben, wir haben Freude und wir wollen jetzt nicht irgendwie aus einer Depressivität raus die Welt verändern, sondern wir haben Bock darauf. Das ist was Geiles. Wir können mutig sein. Die Ideen, die wir haben, die sind super und damit können wir selbstbewusst rausgehen und können sagen, so Jungs, das ist es, das ist richtig gut und das Ganze machen wir mit Leidenschaft. Nicht duckmäußerisch, sondern wir stellen uns hin und sagen, yes, das ist es. Wenn wir jetzt sehen, da gibt es eine Zielgruppe, die wählt uns oder würde uns wählen und jetzt haben wir die Niedersachsen-Wahl gehabt und haben gesehen zwei Prozent und da stellt sich die Frage, warum wählt ihr nicht die Piraten? Die Frage haben auch andere schon gestellt, zum Beispiel auf dem Blog von Christopher Lauer. Er hat die Frage gestellt. Es gibt auch Studien dazu und die bayerischen Piraten haben da auch was zusammengeschrieben. Die Links blende ich euch ein. Entweder drückt jetzt Stopp und schreibt euch das ab. Ich packe sie aber auch wieder in die Beschreibung von dem Video mit rein. Wenn man sich diese Kritik jetzt anschaut und das, was man daraus ziehen kann, dann stellt man fest, ein Punkt ist Kommunikation. Wenn wir den Menschen etwas zu sagen haben, dann sollten wir es so sagen, dass sie uns auch verstehen können. Wir sollten keine Insidersprache verwenden, die nach außen hin nicht verständlich ist, sondern nur für uns. Wir sollten kein Vorwissen voraussetzen. Wir wollen den Menschen etwas sagen. Und sie sollen es verstehen. Und wir müssen sie da abholen, wo sie sind. Die Sachen, die wir sagen, sollten einfach sein. Wir müssen keine riesen, dicken, fetten Parteiprogramme haben, sondern kurz und prägnant die Sachen auf den Punkt bringen. Wir sollten nicht so technikverliebt sein, dass wir eine riesen Anzahl von Plattformen zur Wahl aufstellen. Das verwirrt die Leute. Das ist ein totaler Technik-Overflow. Das geht gar nicht. Die müssen eine zentrale Anlaufstelle haben und die müssen wir aber gut machen. Und von da aus finden sie dann alles. Facebook-Auftritte. Ein schönes Thema. Ich sehe das schon. Der Wahlkampf beginnt und alle Direktkandidaten werden ihren Facebook-Auftritt irgendwie aus der Erde stampfen. So. Und dann werden die dann gepflegt. Die Erfahrung sagt zum Großteil nein. Das ist für uns natürlich desaströs. Das geht gar nicht. Wir sind die Internetpartei. Das heißt, wenn wir nicht nur Facebook, sondern generell in den sozialen Medien unterwegs sind, in den sozialen Netzwerken vor allem, und wir haben da irgendwelche Fanpages oder sowas, dann müssen wir die auch pflegen. Und zwar kontinuierlich. Nicht irgendwie fünf Tage hintereinander, dann zwei Wochen nichts, sondern mit System. Sei es einmal in der Woche, vielleicht auch alle zwei Wochen oder täglich. Aber das muss eine Kontinuität haben. Wenn wir das nicht leisten können, dann sollten wir das lassen. Was sich in Niedersachsen sehr gut bewährt hat und auch bei den Berlinern schon, das sind die Kaperbriefe. Viele von euch werden das kennen. Das ist quasi so eine kleine Zeitung, wo mehr oder weniger aktuelle Themen drinstehen, die uns Piraten berühren und die sind einfach aufgearbeitet. Mit wieder einfacher Sprache, viele Bilder, so ein bisschen Boulevard-Style. Ich sag mal so die Bild für Piraten. Themen. In vorangegangenen Wahlkämpfen haben wir oft riesen Themenberge gehabt. Die hauen dann so einen dicken Schinken dahin. So, das ist die Bibel der Piraten und da ist alles drin und das überlastet die Menschen natürlich total. Und das überlastet auch die Piraten. Das sollten wir nicht tun. Wir sollten zentrale Themen hervorheben. Wir sollten uns überlegen, was ist uns wirklich wichtig. Eine wichtige Lehre, die wir aus Niedersachsen ziehen können. Viele Wähler sind enttäuscht, weil wir unsere Kernthemen nicht mehr vertreten. Das ist natürlich extrem problematisch. Unsere Kernthemen, die sollten wir auf alle Fälle vertreten. Und wir sollten Inhalte vermitteln. Nicht nur anders sein. 2009 haben wir noch recht stark mit dem Anderssein gespielt. Das wird jetzt nicht mehr funktionieren. Allein dafür werden wir nicht honoriert. Im Zentrum müssen die Inhalte stehen. Aber auch das Anderssein. Wir müssen uns nicht irgendwie verraten. Das ist nicht nötig. Wir sollten Aktionen bringen. Warum ist das so wichtig? Wenn wir Aktionen bringen. Wenn wir auf die Straße gehen. Dann zeigen wir damit, dass das, was wir da machen, für uns richtig wichtig ist. Damit treten wir quasi physisch den Beweis an, dass wir dafür einstehen. Zurück auf die Straße. Statt am PC zu hocken. So mal ein kleiner Überblick, was denn so in der Vergangenheit gelaufen ist. Das ist so ein kleiner Ausschnitt der Plakatkampagne aus Berlin. Die meisten werden sie kennen. Die Berliner haben mit ihrer Kampagne sehr viele Prozente eingefahren. Es ist natürlich nicht nur die Kampagne. Ich glaube, niemand wird mir irgendeine Studie zeigen können, die genau sagt, wie das alles funktioniert hat. Aber sie spielt natürlich eine gewisse Rolle. Und sie ist zur Zeit jedenfalls quasi die Mutter aller erfolgreichen Kampagnen. Das kann man erst mal so respektieren. Die Berliner haben einen guten Mix hingelegt aus Themen auf ihren Plakaten und aus, ich nenne es mal Lifestyle. Sie haben transportiert, was ist unser Lifestyle, was ist so ein bisschen der Spirit, der hinter den Piraten steht. Und diesen Mix sollten wir auch wieder hinbekommen. Ganz grob ist das so ein Verhältnis gewesen von, ich glaube es waren acht Themenplakate und zwei Lifestyle-Plakate oder so. Die Richtung war das. Kleiner Ausschnitt aus dem Saarland. Die haben das ähnlich gemacht. Befehl von ganz unten. Gut, man kann jetzt sagen, okay, Basisdemokratie. Aber da steckt halt auch wieder diese Spirits drin, den wir vertreten. Und gleichzeitig aber auch Themen, Datenschutz. Nordrhein-Westfalen, ähnliche Schiene gefahren, hat auch gut funktioniert. Schleswig-Holstein, die haben noch stärker auf Themen gesetzt. Dann kam Niedersachsen. In Niedersachsen hat, glaube ich, niemand verstanden, was das Thema ist. Die Andersartigkeit haben wir extrem gut vorangebracht. Was, glaube ich, nicht bedacht worden ist, dass extrem viele Menschen unser Logo noch nicht kennen. Allein deshalb ist die Kampagne schon ein bisschen schwierig und war ihrer Zeit voraus. Und mein Eindruck ist, man hätte mit dieser Kampagne extrem gut das Thema Urheberrecht besetzen können. Aber dafür hätte es halt auch ein zentrales Thema im Wahlkampf sein müssen, damit die Leute verstehen, um was es da geht. Aktionen. Da möchte ich euch einfach nochmal so einen ganz kleinen Rückblick bieten. Also Aktionen sind nicht neu. Das ist 2006 gewesen schon. Bundestrojaner. Einfach mal so ein Ding zusammenschrauben und zum Bundestag schleppen. Killerschach. Killerschach. Coole Aktion. Und jetzt müssen wir uns aber auch wieder überlegen bei solchen Aktionen, inwieweit funktioniert das nach außen und inwieweit funktioniert das nach innen. Ich glaube, in die Partei hinein wirken solche Sachen extrem gut. Nach außen habe ich bei der Geschichte ein bisschen Zweifel, ob das richtig gut funktioniert. Da sehe ich das nicht so gut kommunizierbar. Eine andere Sache, Reverse Graffiti zum Beispiel. Das ist eine Sache, die, glaube ich, sehr gut zu uns passt. Wenn wir uns daran erinnern, welche Erwartungen die Wähler haben. Und dass es da halt ja auch diese Lifestyle-Aspekte mit Spaß gibt, Experimentierfreude. Das steckt in solchen Sachen natürlich sehr gut drin. Und das sind wie generell die ganze Street-Art-Thematik. Damit sollten wir uns intensiv auseinandersetzen und das nutzen in unseren Kampagnen. Noch eine Kampagne. Es ist für mich meine Lieblingskampagne schlechthin, weil sie mit minimalem Aufwand auskommt und enorme Wellen geschlagen hat. Das war der Protest gegen die Nacktscanner. Das ist ein bisschen eine andere Vorgehensweise gewesen. Da waren wir auf der Freiheitsstadt Angst 2011. Da haben wir eher mit viel Materialeinsatz für Aufsehen gesorgt. Nochmal so eine Minimal-Geschichte. Das war eine Aktion zum Leistungsschutzrecht in Frankfurt vor der Buchmesse. Meiner Meinung nach waren wir mit der Aktion zu früh dran. Da war die Öffentlichkeit, hatte das Thema noch nicht so auf dem Schirm. Das ist aber was, was man dieses Jahr nochmal ausgraben könnte. Es ist aber eine wichtige Lehre, die wir daraus ziehen sollten, dass wir uns auch überlegen sollten, wann positionieren wir welche Aktionen. Und müssen wir eventuell auch quasi die gesellschaftliche Debatte darauf vorbereiten. Müssen wir da einen Vorlauf bringen in irgendeiner anderen Art und Weise. Eine weitere Sache, die ich mir wünschen würde, ist Guerilla-Marketing. Das können die unterschiedlichsten Sachen sein, die jetzt auch gar nicht irgendwie groß vom Wahlkampfteam koordiniert werden. Da finde ich es eigentlich viel cooler, wenn die Mitglieder das selber machen. Oder auch Freibeuter sich einfach hinstellen und sich Dinge ausdenken. Und das müssten wir dann aber auch würdigen. Also wir müssen dann halt auch das Gefühl geben, hey, das wird wahrgenommen und das ist geil und wir müssen das irgendwie über die sozialen Netzwerke jagen und da, keine Ahnung, 42.000 Likes drauf haben. Wenn wir jetzt Richtung Aktionen denken, ist natürlich auch die Frage, wie weit wollen wir gehen? Zum Beispiel beim Killerschach. Wer stellt sich da in die Fußgängerzone und bespritzt sich mit Kunstblut oder würdet ihr euch auch in Unterhose auf einen Flughafen stellen? Und um das rauszuwissen, sollten wir eine Umfrage machen, mit der wir so ganz grob rausfinden können, wie viele Piraten hier in Hessen überhaupt Bock hätten, sich daran zu beteiligen. Wann es euch gut passt? Ganz praktische Fragen. Machen wir sowas in den Ferien? Machen wir sowas am Wochenende? Wann kann das gut funktionieren? Und wie weit würdet ihr gehen? Hab ich schon gesagt. Schlüpfer, ja oder nein? Und dazu werden wir demnächst eine Umfrage basteln. Das müssen wir aber noch mehr im Detail ausarbeiten, was da alles rein muss. Bei der Umfrage geht es mir persönlich halt auch darum, euch selber einfach für das Thema zu sensibilisieren. Noch mal eine kleine Wiederholung zu den Themen. Und jetzt geht es darum, wie finden wir die Themen raus? Wir wollen zentrale Themen hervorheben. Wir haben festgestellt, Kernthemen sollten auf alle Fälle in irgendeiner Art und Weise vorkommen. Und wir wollen Inhalte vermitteln, nicht nur das anders sein. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie finden wir unsere Themen? Und richtig geil, oben drauf haben wir noch mal so ein dickes Problem. Die Zeit rennt. Das bedeutet, wir brauchen einen relativ schnellen Prozess. Und naheliegend, wir machen dazu eine Umfrage. Wie die ganz genau aussieht, das erarbeiten wir gerade noch. Da sind mehrere Leute dran. Die wird aber in den nächsten Tagen starten. Ziel ist es, drei übergeordnete Themenbereiche einzugrenzen. Themenbereiche, Kategorien, wie auch immer wir das dann nennen werden. Das kann sowas sein wie, keine Ahnung, Bürgerrechte, Netzpolitik, Bildung, Schlaglicht tot, was auch immer. Und ja, das startet in den nächsten Tagen. Wenn wir dann diese groben Themenbereiche haben, dann müssen wir diese Themenbereiche aufarbeiten. Und dafür sollten wir ein Thementeam bilden. Und zwar ein Thementeam für jeden Themenbereich. Wenn wir drei Themenbereiche wählen, brauchen wir also drei Teams. Auftrag ist, zum einen müssen die Themen für verschiedene Kanäle aufbereitet werden. Das ist aber so ein bisschen nachgelagert. Zum Beispiel müssen wir irgendwann Flyer-Texte haben. Oder Slogans müssen sich eventuell auch entwickeln. Und die Thementeams müssen auch innerhalb ihrer Themenbereiche dann schauen, welche Programmpunkte liegen da drin. Und gibt es da vielleicht Sachen, die besondere Stärken haben? Ist irgendwas besonders aktuell, besonders visionär? Können wir mit irgendwas voraussichtlich besonders gut landen? Gibt es Schwächen bei den Themen? Gibt es Sachen, die umstritten sind, die es vielleicht gerade so ins Programm geschafft haben, und wo wir uns keinen Gefallen damit tun würden, wenn wir uns damit auf die Straße stellen, weil wir alle nicht so richtig dahinter stehen? Oder gibt es Themen, die die Leute im Moment einfach schlicht nicht interessieren? Dann sollten wir uns überlegen, ob wir angesichts unserer begrenzten Ressourcen diese Themen dann zu zentralen Themen im Wahlkampf machen. Wir sollten schauen, welche Chancen wir haben. Zum Beispiel gibt es Themen, die Alleinstellungsmerkmale darstellen, die nur wir besetzen, nur wir Piraten. Und bei den Kernthemen ist das ja eigentlich so. Und bei diesen Themen können wir uns natürlich gut positionieren. Und wir müssen auch Risiken abwägen. Wenn wir jetzt nur Themen auswählen, die alle anderen auch gut besetzen, dann werden wir nicht wahrgenommen. Ziel sollte es aus meiner Sicht sein, dann die Sachen rauszuziehen, wo wir besondere Stärken haben. Themen, die besonders aktuell sind, visionär, besonders gut für uns stehen. Und das verbinden mit den Chancen, wie Alleinstellungsmerkmale. Ja, das ist noch so eine Sache, die wir uns überlegen müssen. Wer würde die Bildung der Teams in die Hand nehmen? Das steht in den nächsten zwei, drei Wochen an. So, nehmen wir mal an, wir hätten jetzt unsere Themenbereiche gefunden. Dann sollten wir uns natürlich auch irgendwie Gedanken darüber machen, wie schaffen wir es, diese Themen nach außen zu tragen? Und wie schaffen wir es, diese Themen in der gesellschaftlichen Diskussion oder überhaupt in den Köpfen der Menschen zu verankern? Und ich möchte da ein Bild für benutzen. Das soll jetzt ein Spinnennetz darstellen. Ich habe das mit Impress gezeichnet. Ich weiß, es sieht etwas statisch aus. Aber das ist ein äußerer Ring und hier wird das Spinnennetz immer kleiner. Und innen drin ist das Ziel. Und das wäre dann ein Thema oder ein Themenbereich, auf den wir hinlenken wollen. Sagen wir mal, das ist der Themenbereich, was weiß ich, Netzpolitik. Und jetzt gibt es mehrere Seiten, wie wir uns diesem Ziel nähern können. Über Plakate, um Leute auf der Straße im Vorbeigehen anzusprechen. Über Flyer, die wir ihnen in die Hand drücken. Über Aktionen, um zu zeigen, wie wichtig uns die Themen sind. Über die Webseite, über Werbespots oder Podcasts, was uns auch immer dazu einfallen mag. Und natürlich Pressearbeit, ganz klassisch. Sicherlich fällt uns da noch mehr ein. Und diese Spinnennetz-Strategie, dass wir ein Ziel haben, das wir erreichen wollen. Und dass wir mehrere Wege haben, um dieses Ziel zu erreichen. Das müssen wir natürlich für alle drei Themenbereiche durchlaufen. Damit wir das Ziel erreichen, brauchen wir natürlich auch einen gewissen Workflow. Wir müssen zusammenarbeiten. Und das müssen wir irgendwie koordinieren. Wir haben in der Mitte das Ziel und hier die Dinge drumherum. Und all diese Dinge sollten aufeinander abgestimmt sein. Wir müssen zusammenarbeiten. Das Presseteam, die Leute, die Aktionen machen, Social Media, Leute, die wir auf Diskussionen schicken, müssen fit sein in den Bereichen. Und sicherlich gibt es da noch viel, viel mehr. Ich habe jetzt mal so einen groben Zeitplan aufgestellt, der aber noch um ein paar Tage schwanken kann. Fangen wir mal hinten an. Am 9. und 10. März ist das Kampagnen-Wagencamp. Ich meine in Rüsselsheim, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da sollten wir eine grobe Idee haben, welche Themen wir bearbeiten werden. Bis zum grob 8. Februar, ihr seht schon, das ist sehr bald, sollten wir die Themenbereiche gesammelt haben. So wie ich das im Moment sehe, dauert das zwei Tage länger. Aber Peanuts, egal. Dann müssen wir in irgendeiner Art und Weise darüber abstimmen. Ich denke, dass das wahrscheinlich über eine Limestone-Away-Umfrage laufen würde, etwa eine Woche lang. Und wenn wir dann diese Themenbereiche haben, dann sollten wir eben diese drei Themen-Teams bilden. Bei diesen Teams kann im Prinzip jeder mitmachen. Ich persönlich denke, sie sollten nicht zu groß sein. Masse ist da nicht alles. Aber diese Teams sollten immer offen sein für Input von außen. Dann bis zum 3. März, also ganz grob eine Woche vor dem Barcamp, sollten die Themen ganz grob aufbereitet sein. Also da sollten zum Beispiel so Fragen geklärt sein wie, welche Positionen haben die anderen Parteien zu diesen Themen. Und diese Aufbereitung brauchen wir halt als Grundlage für das Barcamp. Deshalb gibt es überhaupt diesen ganzen Zeitplan. Damit wir auf dem Kampagnen-Barcamp richtig gut arbeiten können, müssen wir schon was in der Hand haben. So, das war ein grober Überblick. Mich bewegt natürlich noch sehr viel mehr. Wenn wir Menschen bewegen möchten, das gebe ich euch noch mit. Da müssen wir sie erreichen. Ansonsten ist es alles mal egal, was wir machen. Und werdet laut. Schönen Dank, wenn ihr Fragen habt. Auf den Mailinglisten bin ich atmichamo und ihr erreicht mich ohne atmichamo. Und auf Twitter, da bin ich, atmichamo. Schönen Dank, macht's gut.